Unternehmertum, sehr geehrte Damen und Herren, das ist mehr als die Gründung eines Unternehmens. Es ist vielmehr eine generelle Haltung zum Leben, eine Gesellschaftskultur. Nimm dein Leben selbst in die Hand, sei aktiv, übernimm Verantwortung, politisch und unternehmerisch. Gestalte dein Umfeld und begreife Veränderungen als Inspiration. Kreativität, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein sind wichtig für die Gründung eines Unternehmens, aber auch für die Gestaltung unserer Demokratie und für die Lösung der großen Zukunftsthemen, zum Beispiel den Klimawandel, globale Gesundheitsfragen und Energiesicherheit. Wir brauchen nicht nur das gesellschaftspolitische Bewusstsein für diese Herausforderungen, sondern auch sozialunternehmerisches Denken und Handeln, um Lösungsansätze zu entwickeln. Das neue Landeskonzept Entrepreneurship Education des Bildungsministeriums rückt diesen Aspekt in den Mittelpunkt. Die Themen Demokratiebildung und Entrepreneurship Education sind aus diesem Grund in unserem Haus auch eng miteinander verzahnt. Es gibt an den Schulen in Schleswig-Holstein bereits viele Beispiele für Schülerfirmen. Ich möchte hier jetzt überhaupt keine Beispiele herausheben. Bei meinem Besuch in Finnland habe ich das Projekt mir in my city kennen und schätzen gelernt. Dieses Projekt gibt spannende Anregungen für unser Handeln. Ich war sehr beeindruckt von dem landesweiten Vorhaben und der extrem spannenden Umsetzung in einer tollen Location in Helsinki. Und ich freue mich, dass das Projekt auch im Rahmen dieser Veranstaltung sich vorstellen wird. Auch das aktuelle Modellprojekt der Hermann-Ehlers-Akademie zur Entwicklung von Unterrichtskonzepten, in denen politische und ökonomische Bildung zusammen gedacht werden, passt in exzellenter Weise zu unserem Vorhaben im Landeskonzept Entrepreneurship. Es stellt einen Gewinn für eine zeitgemäße politische Bildung dar und ist ein Gewinn für unser Land. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die hier entsteht. Meine Damen und Herren, ich bin gespannt auf weitere Inspirationen im Verlauf dieser Veranstaltung. Wir unternehmen was. Das ist der Claim des Landeskonzeptes Entrepreneurship Education. Lassen Sie es uns zusammen unternehmen.